Jenny Jürgens' Gürtelrose macht ihr zu schaffen Nach zwei Wochen Gürtelrose geht es Jenny Jürgens allmählich besser. Auch, weil sie zahlreiche Dinge macht, um die Krankheit zu milden. Der frühere Rote Rosenstar Jenny Jürgens, 57, macht in ihrer Wahlheimat Mallorca aktuell schwere Zeiten durch. Die Tochter von Udo Jürgens, 1934 bis 2014, ist an Gürtelrose erkrankt. In einem Posting zeigt sie sich jetzt mit Wunden im Gesicht und gibt gleichzeitig Tipps. Wie man mit der Krankheit umgehen kann. Ich gehe es inzwischen auch schon viel besser. Die Wunden werden allmählich kleiner. Tag 14 Gürtelrose. Heute enden die harten Medikamente. Gott sei Dank, meldet die einstige Schauspielerin, die sich jetzt vor allem auf ihre große Leidenschaft, die Fotografie, konzentriert. Die haben einem doch die Energie geraubt. Schmerzmittel müssen unbedingt weitergenommen werden, um die Gefahr der Postzosterneuralgie einzudämmen. Die Wunden heilen zäh, werden aber kleiner, schreibt Jürgens auf ihrem Instagram-Account. Wenn ihr als Kind Windbrocken hattet, schlummert er in euch. Der Varicella Zosterherpes, teilt die 57-Jährige weiter mit. Bei Stress oder schwachem Immunsystem kann er ausbrechen. Und es ist wirklich schmerzhaft. Nachdem sie ihr Leiden öffentlich gemacht hatte, habe sie viele Nachrichten erhalten. Ich habe gesehen, wie unbekannt die Gürtelrose in den Köpfen doch ist. War bei mir auch so. Bis es mich erwischte. Dabei ist die Krankheit weit verbreitet. Sie trifft im Schnitt jeden dritten Menschen einmal im Leben. Neben dem schmerzhaften Hautausschlag kann sie auch Nervenschmerzen sowie Seh- und Höheprobleme verursachen. Man kann sich jedoch impfen lassen. Die ständige Impfkommission empfiehlt dies ab 60 Jahren. Zugelassen ist die Impfung aber auch schon ab 50 Jahren. Sie empfiehlt Aloe Vera, Cortisoncreme und Geduld. Jenny Jürgens hat sich in den vergangenen Tagen gezwungenermaßen intensiv mit der Gürtelrose beschäftigt und teilt ihr Wissen nun mit ihren Fans. Frisches Aloe Vera, wir haben ja genug, und leichte Cortisoncreme und Geduld. Niemals kratzen. Es sei zwar schade, dass sie derzeit nicht in die Sonne gehen könne, aber man weiß, wofür. Jetzt gelte es, das Immunsystem nach vorne zu werfen. Dafür tue sie alles. Bald werde sie auch Infusionen erhalten. Bei ihrer Genesung erhält sie auch Unterstützung von ihrem Ehemann, dem Regisseur David Carrera-Solay, dem sie dankt. Ohne dich, also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre.